Mit so jemanden macht man gerne Geschäfte. Ja, moin und willkommen zurück in der Raketenfabrik mit Blick auf unseren Bohne, der sich mal eben irgendeine Kutte übergestürmt hat, aber immer noch sein dämliches, altes Gewehr auf dem Rücken trägt, mit dem er allerdings schon gute Arbeit geleistet hat. So, und wir können looten, was das Zeug hält. Und während ich loote, kann ich euch ein paar Dinge erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier eigentlich schon erzählt habe, in diesem Let's Play, weil es ist doch eine ganze Weile her. Wie gesagt, ich nehme mal an, es sind zwei Monate, dass ich aufgenommen habe, das letzte Mal. Ach ja, wisst ihr, wie viele Folgen wir bisher in dieser Aufnahmesitzung haben? Es ist eine magische Zahl. Wir haben sechs. Jawohl. So, da ist noch ein Ghoul. Dass der Tod ist, das ist nicht Stuhl, sondern Tisch. Alter, was liegt denn hier alles auf dem Boden rum? Ja, damit... Guck mal, da hast du noch eine Kutte. Digga? Ja, ist schön, dass du Abstand hältst, weil ansonsten schießt mir sowieso immer nur meine Gegner kaputt. Ja, ich werde ihm sicherlich noch irgendwann dafür dankbar sein, dass er da ist. Ja, bin ich ja jetzt schon, okay? Eine Honigmesch... Ja, das sieht so komisch aus. Ja. Guck mal, cool. Also nicht die Mehrzahl, ne? Wir wissen Bescheid. Ja, also Stuhl. Tja. Das geht immer noch. Ist das schön. Und ja, man fühlt sich fast wie im alten Fallout 3 und äh... Äh, 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 äh... Moment. Ich höre da was trapsen. Hallo? Irgendwer hier? Hier kommt doch gleich irgendein bescheuert, das... äh, bescheuerte Jumpscare. Alter, schön viel Loot. So. Ja, während ich Loote... Ja, das Ding ist, ich weiß ja nicht, ob ich angegriffen werde, während ich Loote und dann... Ja, ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe bisher, weil es ist ja eine Weile her. Äh, ich glaube, das letzte Mal, als ich aufgenommen hatte, war da noch überhaupt nichts geplant. Und, dass ich diesen Sommer nach Regensburg zu den Kollegen Kittenkurmler, Tobi und so weiter fahre. Also zu meiner riesen Fanbase. Ich mag das immer nicht sagen. Das ist so doof. Soll mir recht sein. Aber auf der anderen Seite, ähm, ist ja... Es sind ja irgendwie... Nee, aber Fan, das heißt fanatisch. Ja, sie sind schon fanatisch. Sie sind ja, wie mal jemand gesagt hat, hat meine, meine Sekte, ne? Nein, nicht die Arzttaschen. Nein, 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 ähm... Ja, also da fahre ich hin. Und ich dachte am Anfang, äh, ich fahre dort mit der Bahn hin. Dann habe ich gesehen, wie fucking teuer das Ganze ist. Also so eine, so eine Bahnfahrkarte dorthin. Und dann dachte ich erst mal, ich bin ja früher oft getrampt, oft per Anhalter gefahren. Ich weiß nicht, ob das, ob der Begriff Trampen überhaupt, äh, noch, äh, ja, im... Wortschatz, äh, unserer Welt ist, äh, wie soll man das sagen? Ja, ich dachte zuerst, ich fahre per Anhalter dann, um mir halt das Geld zu sparen. Ich muss mal das Lasergewehr gleich reparieren, das wäre ganz nett. Und, äh, das hatte ich dann eigentlich auch vor. Aber dann dachte ich, Scheuse, wie episch wäre das eigentlich, wenn ich mit dem Fahrrad runterfahre, wenn ich eine Radtour mache, nach Regensburg, von Hamburg nach Regensburg. Also von Burg zu Burg, könnte man sagen, müsste man sagen. Abplasma-Gewehr habe ich auch zwei. Ist das geil. Ja, und, äh, das ist jetzt beschlossen. Ich fahre mit dem Fahrrad, ich mache eine Radtour nach Regensburg, von Hamburg aus. Wer sich jetzt ein bisschen in, äh, Geografie auskennt, der wird dann wahrscheinlich sagen, Kollege... Wird schwer, Ihnen den Rücken zu decken, wenn ich meine Stelzen nicht bewegen kann. Wird schwer, Ihnen den Rücken zu decken, wenn ich meine Stelzen nicht bewegen kann. Äh, das ist so ein bescheuerter Spruch. Bohne kann nicht mehr tragen. Okay, das ist schön. Äh, ich hoffe, er kann überhaupt noch laufen. Äh, ich hoffe, er kann seine Stelzen bewegen. Ähm, da draußen ist wer. Ja, ich glaube, ich muss bald nach Novak zurück. Äh, ich hoffe, er hat sich immer böse an. Stelzen bewegen. Äh, brr, brr, brr. Rapcon Startplattform. Was denn? Ist, äh, willst du mir jetzt meine Gegner... Ja. Haha. Drück mir dein Gemächt nicht ins Gesicht. Los, bewegt deine Stelzen. Äh, er kann seine Stelzen bewegen, aber er bewegt sie nicht. Äh, ich glaube, ich bin in der Hocke. Äh. Jetzt läuft er hier mit dem Zaunfahrt durch die Gegend. Hier entkommst du nicht. Lass mir auch was übrig, komm. Lass mir was übrig, lass mir was übrig. Alter. Hier entkommst du nicht. Danke. Danke für die Hilfeleistung. Das gefällt mir. Bleib mir vom Arsch. Äh, ja. Äh, das ist eine kulturelle Referenz. Ja, so. Ja, kann ich nur machen. Äh. Äh. So, Granatengewehr. Ja, super. Dann habe ich nämlich noch ein bisschen Platz im Inventar. Na, ich bin doch ein Genie-Streich. Das sage ich in letzter Zeit öfter. Ähm. Wirst du mal aus dem Weg? Das wäre nett. Von dir? Ja, danke. Also, ich werde erstmal hier vorne versuchen, die Warten von, dass ich jetzt, warum ich zurückgehe. Ich werde erstmal versuchen, hier den vorderen und unteren Bereich abzudecken. Oder gucken wir mal hier hoch, was hier ist. Ach, das sieht ja lustig aus hier. Habe ich noch ein breiter. Da liegt noch ein Goal. Hast du den platt gemacht? Ohne. Du sollst solche Sachen nicht machen, ohne meine Zustimmung. Sehr leicht zum Aufsprechen. Das stimmt. Äh. Bin ich gerade aufgestiegen? Nö, noch nicht ganz. Also. Ja, äh. Was ich anfangen wollte zu erzählen. Also. Jeder mit ein klein wenig Geografiekenntnissen der deutschen Lande. Oder wenn du jetzt vielleicht gerade auf Google Maps guckst und denkst, so von wegen, Was zum Fick redet der Honk da? Er hat doch keine Ahnung, was ihn da erwartet. Doch, doch, doch. Dieser Mann hier weiß schon, was er sich da antut und, äh, wie weit er da reisen muss. Nämlich, je nach Strecke, so zwischen 600 und 700 Kilometer. Und zwar hin und zurück. Muss man immer denken. Äh. Ich habe den Denkfehler am Anfang auch gemacht, dass ich, ja, eine Strecke gedacht habe. Nein, nein, nein. Es ist hin und zurück. Oh. Die, äh, müssen wir nach Pit bringen. Ähm. Hör mir nicht Bescheid. Ne, ne. Ist mir schon klar. Die Entfernung ist mir vollkommen bewusst. Und, äh. Äh. Ihr könnt mir glauben, wie ich so oft sage. Mir schlottert der Busen und biebt das Gemächt, wenn ich, wenn ich dran denke. Auf der anderen Seite. Ich habe schon einmal. Also, äh, nein. Ich habe schon, äh, zwei, dreimal eine längere Strecke als Radtour gemacht. Nur ist dieses jahrzehntelang her. Ihr dürft nicht vergessen, dieser Mann hier ist 56 Jahre alt. Auch wenn er gerade mal aussieht wie 12. Ach, das habe ich jetzt von jemandem geklaut. Ähm. Ähm. Diesen komischen Witz. Ne, in der Tat. Also, ähm. Aber ich fühle mich bei weitem nicht so alt, wie ich bin. Nämlich 56. So. Ja, dann. Mir. 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 Ich sage mal, kann ich vielleicht auch mal irgendwie, äh, warum ist das so dunkel hier? Hör auf, das ist gruselig. Äh, so. Ja, nee, also wie 56 fühle ich mich auf keinen Fall, aber, ähm, ja und man ist so alt, wie man sich fühlt, sagt man ja so im Volksmund. Der Volksmund, der riecht. So, äh, ich rede Blödsinn, weil, äh, ja. Ja, gut. Nö, also ich traue mir das ohne weiteres zu und, äh, werde das auch machen. Ihr könnt euch drauf verlassen. Also, ich weiß durchaus, dass es in meinem weiteren Umfeld Leute gibt, äh, die denken, dass ich mich, ops, dass ich mich aus diesem, was ist denn hier los? Das soll leicht sein, Herr Flix, sagt es. Also, schwer war es jetzt auch nicht, dass wir ein Stelzenbeutrennung und eine Laserpistole. Äh, Plasmagewehr reparieren. Habe ich dafür eigentlich jetzt inzwischen Munition? Oh, fuck yeah. Na, endlich. Darauf habe ich gewartet. Äh, es ist wirklich so, ähm, ich habe es mir herbeigesehnt, die Energiewaffen. Weil, wenn ich mich recht erinnere, habe ich darauf ja auch trainiert. Und dann muss ich irgendwann nicht mehr mit einem, mit einem tierischen Ohr voller Klamotten durch die Gegend laufen, sondern nur noch mit, ja, guck mal, ich hätte auch nur noch 4 MF-Zellen. E-Zellen habe ich noch 30. Okay, ähm, Kleidung vielleicht auch. Nö, die Breitbruderschaftsrobe habe ich noch. Okay. Oh, ein Jagdrevolver. Den behalte ich dann vielleicht doch mal. Ja. Nein, ich wollte gerade sagen, äh, ich weiß, dass es in meinem Umfeld durchaus, also in meinem weiteren Umfeld, zugegebenermaßen Freunde machen sowas nicht, es Leute gibt, die denken, dass ich mich da irgendwie rauswiesle, äh, vor der Tour. Dass ich wohl irgendeinen Weg finde, dann zu sagen, ja, und jetzt klappt es doch nicht. Äh, ja, also, äh, wohlgemerkt, ich hätte eine gute Ausrede. Denn, ähm, wie so oft ist es mal wieder die liebe Kohle, die liebe Kohle, äh, die mir vielleicht irgendwie Sorgen macht, äh, und zwar gar nicht mal halt, äh, Verpflegung während der Fahrt oder sonst was, sondern, äh, ich muss mein Fahrrad noch überholen lassen. Ja, das wird von vielen Autos überholt werden, wenn ich, äh, ich kriege hier ein Kram. Ich bin doch ein Geniestreich. Nein, äh, das war jetzt nicht, äh, die Aussage. Nein, also, ich muss jetzt in den nächsten Tagen, oh, äh, ja, das ist ja gar nicht toll. Jetzt muss ich tatsächlich weg hier, weil, ähm, Gegenstände sonstige. Großes, ruiniertes Buch. Schmeißen wir mal weg. Bohne, wir müssen zurück. Äh, wir können uns hier aber nicht raus teleportieren. Äh, die Tür, da möchte ich jetzt eigentlich nicht knacken, weil ich nicht weiß, was dahinter ist. Wir gehen mal lieber da zurück, wo wir langgekommen sind. Alter, ist das groß hier. Let's put cheese set. Ähm, äh, die nehme ich noch mit. Ah, Alter. Hier ist noch Loot. Ich mag das nicht glauben. Ähm, ähm, ja, also, wir müssen hier nochmal wahrscheinlich alleine des Lootes wegen rein. Nein, nein, da geht es, ähm, dahin, wo wir später hin müssen. Kann ich hier durch? Kann ich vielleicht? Nein, natürlich nicht. Ähm, äh, was ist mal hier durch, Bohne? Ich, äh, ich weiß schon, wo wir langen müssen. Ja, und er heißt Bohne. Wer heißt denn schon Boon? Ähm, ja, hier ist direkt Trepp-Zent-Zune. Boon. So, mal speichern. Schnell Speicherstand. Und dann gehen wir auf die Karte. Weltkarte. Ah ja, die Röntgen-Justiz-Vollzugsanstalt, da will ich noch nicht hin. Ranger Station Charlie. Was haben wir hier? Gypsonschrottplatz und Helios One. Okay. Wir gehen erstmal nach Nowak, wo man uns akzeptiert hat. Ich will dort aber beliebt sein. Wie überall. In der ganzen Welt ist der Sony beliebt. Death to NCR. Es heißt RCN. So. Nee, eigentlich RKN. Ich komme jetzt schon wieder auf das C. Ach, das kann mir auch niemand sagen. So. Dann gehen wir mal handeln. Es besteht Handlungsbedarf, wie so oft. Wie viel ist aufgenommen? Alter Schwede. 15 Minuten gerade mal. Also wir kriegen heute, also ich kriege heute eine ganze Menge G'schießen hier. Willkommen zurück. Ja. Sicher. Schauen Sie sich ruhig um. Sicher, sicher. Nee, ich will noch nicht die Waffen verkaufen, weil ich nicht weiß. Haltmetall. Ich kann das ja nur noch zum... Ach was, komm. Hau weg den Scheuss. Arzttasche. Gewicht 6. Ich weiß, dass mich jetzt Leute für verrückt halten werden, aber das muss weg. Ich kann doch nicht hier mit Massen von Arzttaschen auf dem Rücken rumlaufen. Und so, Bride Bruderschaft. Äh. 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 Die Bücher sind viel wichtiger, dass sie mal wegkommt. Hammer. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich Wissenschaftsbücher noch brauche. Weißt du, was kommt? Hau weg. Äh. Ich muss mal vorsichtig. Ah, der hat ja so viele Orken. Äh. Ich weiß nicht, ob ich den Jagdrevolver... Äh. Ich weiß nicht. Weißt du, komm. Weg damit. Ein Jagdrevolver. Gibt das sowas? Kamera. Ruiniertes Buch. Verbanntes Buch. Ich frage mich immer noch, was der Unterschied ist. Hätte man nicht einfach sagen können, Bücher? Ja. Hm. Ja. 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 Hm. E-Zelle. Ja, E-Zelle. Die weiße Pistolen, da war ich noch nie besonders ein Freund von. Geht weg. Leichte Metal-Rüstung. Metal, Leute. Metal, ihr Kaspar. Hm. 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 Weißt du? Das bleibt mal. Aber die Pistole kommt weg. Ja, Kevin, falls du hier irgendwas siehst, was ich falsch mache, bitte sofort Bescheid sagen. Von dir nehme ich Korrekturen noch viel lieber an als von allen anderen da draußen. Entschuldigung an alle anderen da draußen. Aber der Kevin und ich, wir sind halt wirklich, wir sind so, ne? Ja. Ja, der Kevin hat mich ja hier in Hamburg auch schon besucht. Insofern, wir kennen uns auch schon persönlich. Wir haben zusammen Bierchen getrunken. Ach, war das fein. auch so ein einmaliges, wunderbares Event. Ich hoffe, es ist nicht einmalig, Kevin. Irgendwann komme ich auch nach Düsseldorf. Ja. Äh, diese verwitterte 10 mm Pistole. Ja, aber wenn ich die jetzt verkaufe, dann habe ich wirklich... Ach, machen wir erst mal. So, dann gucke ich mal. Hast du, hast du E-Zellen? Nö. Hast du MF-Zellen? Nö. Irgendwann wäre es so viele... Kettensäge HD-Kette? Wofür? Ach so, Kettensäge für eine Kettensäge. Jetzt verstehe ich. Äh, L, ähm, MF-Hyperzüchter Alpha. Ich verstehe es nicht. Kevin, erklär mir das bitte. Patentia. Hochenergie-Ionisierer. Damit kann man wahrscheinlich Waffen modifizieren. Das wird sicherlich noch mal irgendwann sehr, sehr wichtig werden für mich. Stromleiter. Leiter. Ähm, nee, also weißt du was? Ich habe jetzt gedacht, ich könnte noch was von ihm kaufen. Auf Wiedersehen. Ja, nee, ich bin sofort wieder da. Bohne. Bohne, Bohne, Bohne. Äh, Bohne. Komm mal her. soll mir recht sein. Jo, immer. Metal. Ähm, nur nicht seine Klamotten abnehmen. Ähm, die Betonstahlkeule. Sonst läuft er damit durch die Gegend. Der Kaspar. Ähm. Weißt du, seine Breitbruderschaft, die lasse ich ihm mal, weil er sieht eigentlich irgendwie cool damit aus. Weiß nicht auch, Kevin? Ja, und ich erzähle euch bald weiter über meine Pläne. Äh. 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 Ne, doch. Oh, mein Gott. Oh. Ja. Oh. Bis zum nächsten Mal.